Ein geheimer Auftrag kam neulich mit der Post Wir sollten Menschen retten, wahrscheinlich in Fernsehen Man glaubt die Jungs mit Kipps und Kraft und hat vergeilt, aber was? Natürlich dachte man's, hey, aus Frankrischi und Matthias Ole, 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 ole Hasen, scheiße, sind wieder da Ole, 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 ole Hasen, scheiße, das sind wir Unser Weg erfüllte uns durch so ein kleines Nest Wir waren nun schon fast am Ziel, aber die machten dort ein Fest. Es kocht nach Braten und nach Rot und frisch gezapften wir die Mittel schickt ermeeb, schlipp nach gleich wieder auf hier. Olé, 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 olé. Olé, 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 ey, olé, 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 olé. Holle, 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 Holle Ich habe es bei mir, Hase, Scheiße, das sind wir